ich hoffe es jetzt besser Entschuldigung und danke fürs Bescheid sagen Wenn du streamst, kriegst du das selber nicht mit und da ist man wirklich dankbar oder wenn was am Thron nicht stimmt und da ist man wirklich dankbar und da ist man wirklich dankbar Ich glaube der Title ist eingeschlafen Der wollte aufs Klo Gut, da kann man auch reinschlafen Wenn der so Fahrstuhlmusik auf dem Klo hat Kann sein, dass der eingeschlafen ist Fahrstuhlmusik Das klingt auch irgendwie merkwürdig Ich habe nur drei Kills bekommen Letzte Mission Oh, einen habe ich und Unterstützung Und dann Vielen Dank. Oh, nee, oder? Doch, ich bin wieder da. Wir hatten das Dreierteam, alles andere waren Duos. Okay. Ist das mal schräg hier. So, ich bin wieder da. So, ich bin wieder da. Oh, der ist aber schon nah dran, der Kollege. Wie gesagt, ich hatte früher auch schon die Runden, wo du da standest, wie jetzt. Und der Zombie war hier und hat dich geschlagen, ne? Der hat dich geschlagen und du denkst dir so, fuck, ich kann mich nicht bewegen. Ja, das ist mies sowas. Jetzt haben sie aber mittlerweile auch geändert, dass der Radius weiter weg ist von den Spawnpunkten. Oh, das pixelt dich nur. Ja, jetzt ist es gerade meine Verbindung, scheiße. Das ist 10 FPS oder sowas. Okay, Internet spendet gerade. Hat er auch gerade ein 200er Ping. Ich glaube, jetzt fängt es sich wieder ein bisschen. Okay, erstmal Dankeschön. Aber ihr habt gerade Internet-Einbrüche, sehe ich gerade. Also, wenn es jetzt lag, dürfte es am Internet liegen. Das ist wieder toll, richtig toll zum Wochenende. Ja, jetzt habe ich es auf 700 runtergedreht, also auf 27. Wo gehen wir denn? Äh, ab in die See. Dann, vielen Dank nochmal für die Info. Aber das Internet spinnt gerade wirklich. Einmal aushedeln. Äh, hab ich schon, hab ich schon. Nein, ich nehme es mit. Du kannst es, du musst mal nicht so pink nochmal. Und war das aushedeln. Im Klo, im Klo drin. Im Klo war aushebeln. Jo. Die Spülung ausgehebelt, oder was? Aber sowas von. Okay. Ah, die waren schon damals... Sehr modern. Diesem Plumpsklo gleich so eine Hebel dabei. Ah, okay. Da hätte ich was gesehen. Ah, das kann aber täuschen mit dem ganzen Blättergramm hier. Und wir müssen auch mal bald wieder los, Fuchs. Hat richtig Spaß gemacht. Gehen wir gleich Ash hoch. Ich glaub, das geht noch weiter nördlicher. Ja. Oh ja. Nervvoll ey. Nervvoll ey. Lauf halt. Lauf doch. Und ich hoffe, dass das Internet der Sitte gefangen hat. Haben sie mal nicht im Norden gespawnt? Da war der Weg kürzer. Ah, direkt vor mir Vögelchen her. Oh, im Elf wird Vögelz. Oh. Ist gepickt. Okay. Nehmen wir gleich, wo er hingeht. Der geht nach Tork hoch. Ich denke auch, dass die nach oben sind. 200er Ping. 200er. 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 Jetzt wird er 50er. Bei mir steht da 9. Weber. Tut mir leid. Oh. Jetzt hab ich erhöhten Ping. 175. 14. 12. Ne, mein Internet spinnt heute wieder komplett. Du brauchst mal ne stabilere Leitung, Junge. Wenn's so einfach wäre. Hm. Nachlägt die Spinne. Ich glaube hier oben läuft einer. Bleib zu lassen. Da bin ich! 겋mit das? Ja. Blöcke. Waal' Nashstay? Ähn. Ja. Ja- was siebbrauchen. Tій. Ja, ja, ja. Ich oder du rein. Oh Mann, ey. Geh eher rein. Muss aufpassen, irgendwo glaube ich da oben ist was drin. Der Tür war einer. Okay. 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 So geht ja keine Kugel durch die Holzwand. So. Aber was schießt denn noch? Hochgeschwindigkeitsmonie, die muss ja da durchgehen oder nicht? Hm. Ja, offenbar nicht. Aber die hat ja nicht diese Durchschlagskraft. Die Tür öffne, ne? Ja. Böh. 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 auch hinter mir hinter mir hinter mir hinter mir neues team hier hinter mir sag ich doch aufpassen hinter uns hinter uns colli muss mich schnell heilen keine ahnung wahrscheinlich jetzt aus der front das war jetzt schlecht da hinten kommen aber eine kasse zweimal daneben tatsächlich lassen das gebäude angeschossen worden wenn ich wundere ha Untertitelung. BR 2018 Ah, es war aber schnelle Runde. Und weit gelaufen für nichts. Ja. Ja, irgendwie, wir kommen zwar raus, aber ohne Bounty irgendwie, ne? Die ersten zwei, drei waren ja immer ohne... Ja, wir haben ja immer das Team draußen gekämpft und konnten abhauen. Und jetzt sind wir auch ohne... Jetzt sind wir auch gestoppt. Aber auch ohne Kills. Ja. Äh, Mann. Geh mal rein, ne? Ich will nicht fort. Äh, Reeves. Geh mal rein. Ja, ist auch, glaube ich, näher hier, der da vorne. Entschuldigung. Na, lass die Vorderzehne aushalten. Das war Körbebeherrschung. Das war alles Körbeherrschung. Hätte auch hersparen können. Da, 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 da. Bleibt mittig eigentlich. Kann man Steinbruch rübergehen? Ja, kann man machen. Ja, kann man machen. Hunde sind wohlstepp quatro, oder? Nein, nein, nein. Da, da, da sind sie nummer zwei und der käfig weißes hemd haben die uns gar nicht gehört oder was wollen wir mal den Clou da war der wo du gerade bist ich glaube die ist mir weiter Richtung Clutch gelaufen haben die uns nicht gehört? ich glaube nicht es wird halt doch noch den den Immo angezündet den, na den Immo, den ja der war schon hinter mir her ja aber das hätten die doch hören müssen komm lass uns laufen ja Goldi ist schon gut an der Seite drüben ich glaube die hocken hier irgendwo im Wald das kann natürlich auch sein wir kommen gerade raus aus der Church wo? ein paar Meter vor mir hit der ist wieder hier rein einer weniger zwei weniger zwei weniger ok der dritte ist in der innen drin der war hier machen wir ping weg der war genau hier ist jetzt rechts rüber poncho mit Hut ich muss natürlich die Hunde haben bei Goldi 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 erst fallen und dann noch ein neues themm kommt ein neues themm und einer war schon da noch nicht mehr ein Ich hab den nicht gehört hinter mir. Und links von mir ist auch einer da, in dem Gang ist es jetzt einer. Ich glaub, die brennt noch, ne? Jetzt hast du ihn gelöscht. Ich hab den nicht gehört. Das ist so schmerzhaft. Auch umgequatscht. Das ist so schmerzhaft. 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 Ich hab den zweiten hingelaufen und dort gestorben. Allesamt. Also Boston Tursidi gar nicht. Naja. jetzt schickt sie mal bald mit dieser blöden map hier warum die alte map bisher auch jetzt oft genug gekommen auch ist es ja jetzt dritte mal jetzt hier nein doch das dritte mal jetzt hier das sagen sie alle gehen wir nach pork weiter oder ja auf nach porky meint so weit kommen wir ja bis nach porky zau mal Blüte Box! Blüte Box hier oben? Hab ich schon. Pool hier oben. Hm. Dann gehen wir nach Stanley weiter. Hätte ich jetzt mal so vorgeschlagen, oder Jungs? Ja. Abgelehnt. Okay, wo willst du hin? Bosswechsel. Okay. Okay, dann müssen wir jetzt bis nach Kingsnake überlaufen. Ab dafür. Brauchst du den Badger? Läuft doch vor. Vor uns wird geschossen. Bei Kohlen Company machen sie die Spinne dran. Raben sind gerade vor uns. Direkt auf 270 hochgegangen. Von außen, also von hier irgendwo sind die hoch. Da irgendwo. Das ist wirklich die Spinne, oder ist das, ähm... ...weiten die da schon? Okay, Spinne. Minus. Wo liegt der? Direkt da, wo es brennt, an der Tür. Links, oder? Da oben jetzt, ja, ne? Ja. Wo du jetzt hochgehst. Minus. Alter, Goldhorst. Der hat auch ne Pumpe. Du meinst, der dritte? Okay. Er stirbt nicht durch meine Pumpe. Verlass es. Der müsste draußen sein am Metalltor. Er dürfte nicht wieder reingekommen sein, ohne es zu öffnen. Aber theoretisch kann man mich heben, wenn er es wieder reingeschafft hat. Naja, ist wieder rein. Boah, hat der dich jetzt angezündet? Naja, ist ja nicht. Dein zweites Team da. Mhm. Irgendwas zu, ja. Unter uns. Der? Ja. Jetzt kommt der oben raus. Das Zücken. Ich komme nicht mehr dazu, in Deckung zu gehen. Naja. Die waren so schnell jetzt gehört. Oh, da läuft ne Afto rum. Boah, aber das Team, was da drauf ist, ne? Das ist nicht noch ein Team, oder? Der lag zweimal da wart, so. Kryptos gar nicht. Ozean einmal. Ne, immer das, das war leider wirklich dasselbe Team. Also wieder. Speed aufheben, gehen wir. Speed aufheben, okay. Der erste mit der Granate, den zweiten mit der Schrot. Und den habe ich gleich in Brand gesetzt, und dann kam der zum Metalltor raus. Und den mal. Mann. Mann, ja. Ich möchte was zum Düngen gleich wieder da. First try. 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 ist da die das fenster offen ist noch nicht gerendert jetzt ist es dann ist so jetzt ist mich doch hier und ich habe hier noch ein wir könnten einmal in den boss hinein tauchen wir könnten ihn mal anschauen ich geh mal rein am meisten regt mich ihr gezappel auf ja super keine ahnung ob ich sie erwischt habe oder nicht ja ich hab sie erwischt jetzt werden sie mir auch noch hinterher die doofe kuh ja ich kenne mich gerade nö der dicke kühlte ich jetzt ja oh mensch ey da noch weiß kann es rein rein hier komm rein kommt rein seid ihr dran ja sehr belastend ja 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 Das war's oder war's, Bruder? das jetzt ein ja oder nein nein ich gehe davon aus weil der ausgang ist sehr oben also in aden und der gold die hat hundern und was hat donnerstag erst essen ja ich brauch schon jeden tag etwas zu messen was ja wieder da wb was warum landst du ein wbchen ich habe gerade gesagt ich habe hunger und sagte elvo die habe doch erst gestern was gegessen weil das pfefferrahm schnitzel war doch auch lecker erstmal nicht so viel gegessen gestern erster lieber gesagt nennen dass das packe ich ein und das nehme ich auch ein ist sie jetzt was ist das ist etwas gestellt wenigstens ich habe einmal luft geholt und war das der zwiebelrost braten weg ich weiß habe ich ja kein bild gemacht oder das war die vorspeise jetzt sehen wir noch nix ein gruß aus der küche war das naja gut die vorspeise ist schon sehr dünn muss ich sagen ja die war ja gratis war ja nicht bestellt hier ging es um die packages müssen wir heute mal mitbauen die rauskommen tatsächlich ich habe was APP zwischen in podcast eben ich ich diese ich ich hier ich ivo Er liegt ja schon. Elwood sagt doch nichts mehr. Elwood! Oh, sorry. Jetzt zu früh verschrien mit den drei Stunden. Das war der Zwiebelrostbraten, sehe ich mit Stätzlein. Und der Cola hast du getrunken? Ja. Nein. Ja, geh, geh! Hey! Ja, nur wir zwei. Haben wir Elwood. Er ist bei mir auch schon gar nicht mehr ins Team online. Er schießt ja auch das Ding war. Er hatte fast schlimmerisch mit seiner Leitung wie ich. Also, geh bei mir. Oh. Oh. Dann auch so. Na gut, dann gehe ich schnell in die Bauchung. Bis gleich. Ich bin auf der S-N-M-M-A-F. das war außerplanmäßige sagt heute nicht zu früh wie ist die sängerin kitte freudig bloß nicht so früh war das nicht weg lassen halten dürfen den hunter habe ich noch wenigstens mal gucken was für ausreden die am 18 bringen am 18 haben sie gesagt wollen sie das problem behoben haben ja schon bald so so Vielen Dank. Vielen Dank. Na, ist unser Elwood wieder da? Jawohl, ja. Jawohl, ja. Der Disconnect Elwood. Vielleicht soll ich bei der Telekom auch in Raten bezahlen? Ja, würde ich auch sagen, ne? Alle zwei Stunden kriegen sie mal einen Cent oder so. Ja. Er ist schon eine Frechheit irgendwo, ne? Weil du eigentlich für die volle Leistung bezahlst und kriegst nicht die volle Leistung, ne? Genau so ist es. Und bei sowas sollte es eigentlich ein Gesetz geben, wo du sagen kannst, hier, Leute, ich zahle nur noch die Hälfte. Ich glaube, Anfang nächstes Jahr tritt es in Kraft, oder? Hm. Wenn du dann bloß noch 50% von der versprochenen Maximalleistung reinkriegst, musst du auch bloß noch 50% vom Vertrag zahlen. Ja, das ist auch richtig so. Weil damit machen die ja immer ihr Geschäft. Ja. Und du bist ja nicht der Einzige, Elwood. Das sind ja mehr, die das bestimmt betrifft, bei euch da draußen. Ja, bei uns sind mehrere. Ja, und dann merken die das schon. Dann machen sie immer ein bisschen Dampf. Wenn es dann im Handyvertrag auch noch sich auswirkt oder umgelegt wird, dann wird endlich mal Deutschland ausgebaut. Weil dann geht dir ein Haufen Geld flöten. Vielleicht auch so in der Abstellkammer. Boah, ich bin so satt von dem leckeren Risotto, was ich heute bekommen habe. Nein, 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 nein. Das habe ich auch mit Absicht gemacht. Moment, Hunter, Hunter, Hunter. Rechts, links? Links. Links, okay. Sie sind gleich bei mir. Sieh sie? Am weißen Häuschen, sind sie? Einatet. Einatet. Minus. Das war das WeChat. Hier, bei mir hat noch einer rum irgendwo. Der schießt Talents. Direkt bei mir. Da ist noch einer irgendwo. Da schießt einer mit Pfeil und Bogen. Da schießt einer mit Pfeil und Bogen. In dem Gebäude ist noch einer. In dem da hier? Ja, einer ist mit weißen Hütte hier. Weißt du, Hütte hat Hit. Links von uns schießt noch einer irgendwo. Hit. Down. Weiße Hütte war das? Jetzt habe ich aber noch die... War ich der Meinung, dass von links noch was gekriegt? Hauptbosgebäude, Hauptbosgebäude. Ja, ich sehe einen. Ist vor mir. Sehr schön, ist down. Ich loote den hier drin. Ich habe Geier dabei, ihr könnt alles looten. Das ist nett. Nein, darfst du looten. Der hat ja den Bogen, ne? Ja. Dann habe ich schon die ganze Zeit irgendwie... Da kommt noch ein Team. Ja, ein Kampferkrater. Osten. Was ist da? Nächste Team kommt von Osten. Ich sehe den Hunter nicht. Wo ist denn der Hunter? Ich sehe nur die Waffen. Ich sehe nur die Waffen. Und letzter Kampfer ist da ein? immer ein stück zurück aber ich höre nix mehr, na? kann das sein, weil die anderen Boss haben, dass sie nicht wieder fahren da steht da einer Tommy ich glaube, das war Goldie, oder? ich habe gerade was gemessert, ja hier liegt ein Abercut aber ich sehe den scheiß Drecksander nicht ach, da ist er wir haben ja ein Planchett runter, komm, ich glaube, da kommt nix erst mal doch, die sind doch da oben im Compound, ich habe gerade eine Dingsdauer gehört, ne? wie heißt sie, diese Leuchtrakete? hier oben am Compound halt ja, bei Reynard was? ne Fuse? wo? diese Pistole mit diesem Leuchtgeschoss drinnen wie heißt sie? Leuchtpistole? genau jetzt wo du es hast die Pistole mit den Leuchtkugeln, die Leuchtpistole die Pistole mit den Leuchtkugeln, okay die hoffen, dass wir eine scheiß Ausgauung haben und darüber wollen ja habt ihr was gemessert? vier zombies ja ne komm mal rüber vielleicht vielleicht liegt es auch da drin, weil der Boss da oben ist, ne? das könnte auch sein ja, ich wollte mal ja, es könnte sein bin man aber sicher ja der war der Jungfrau, der Clou? mhm war er wohl so miteinander noch und der Boss ist hier wahrscheinlich, oder? ne, Lockbay sogar da wird geschossen in der Richtung was? vor dir? Lockbay war eine Explosion Lockbay waren Hunde hier ist er, ja also fuck, wie sind Hunde? da haben sie die Hunde getötet die Mörder was ist denn Hunde-Käfer hier? ne? da hinten da hinten wir sind schon drüben von euch machen wir den bastion ja ich habe nur zwei steps innen gehört schnell down gehabt Wer ist Japs denn drin? Minus oben am fenster war so wie der dings über habe ich nicht gesehen er ist wieder da im fenster minus minus ist noch einer drin oder vielleicht kriege ich noch mal wenn dann aufhebt er hebt ihn er war hier hat den aufgehoben goldie ich habe gerade dicks reingeschmissen da war gerade rechts war was zu sehen irgendwas schießt der post läuft raus wo hast du den allerersten ungefähr umgelegt an dem fenster oben linke seite mit drauf guckst er ist nach links weggefallen da ist auch der zweite er hat aber gerade etwas geschmissen und trifft dreimal weich mit sechs schuss da war schon ich na ja du mit nekro ich habe ihn nicht der gott aufpassen fester sind vermint halt du mal den da oben im schach ich schau mal dass ich hier von der unteren seite hier rankommt vor mir jetzt dauern ja hat eine falle aufgebaut wollte ich hab dich habe ich überhaupt nico nein ich habe kein nico aber da auch nicht glück denn da startig da ja Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Einer ist hier drin. Der Kamerad brennt schon. 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 Ja. Liegt der da unten noch? Ja. Ja. Hat der Fleisch geschmissen? Na, Fleisch, ja. 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 jetzt kannst du zu der tür zu schlange mit mir dann habe ich außer zweimal angezündet jetzt mit halter auf ist der überhaupt noch drin das ist ja schon läuft der ist unmittelbar noch auf dem bomba und der ist ja irgendwo hier haben jetzt ist er natürlich erst im ersten stück ersten stock wo errichtung den großen scheiben gleich wieder da oben dann also ja 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 er ist runter gesprungen hit bei dir auf der nachseite oder was? im mittelgang ich höre ihn bei mir Christoph sind bei mir vollen hit mitgekriegt er hat ne pumpe hm gestorben ist er entschuldigung hat sich was ergeben? nicht oder? naja elbert hat gehittet aber wir wissen nicht wo er ist ich habe zwei türen aufgemacht hier vorne die oder weiß er das? weil ich sicht ich bin jetzt drin wo denn oben? oben hier auf dem stück auf der treppe beim title bei mir down ja läuft doch ja der hat den romero der wollte das mal reingucken entloten ich habe geier dabei er ist eh der einzige die anderen zwei sind durch achso ok zweite team ist draußen und das dritte team haben wir schon getötet das dritte team haben wir am anfang geholt ja ja hätte ich gesagt Schlacht raus lasst mich aber auch noch den einen loten ne wenn ich euch schon ja geier mitgenommen habe bis auf ein single geier kann eh nix mehr drauf sein mit dem schlagen habe ich ihn runter gelockt ich habe es genau ich habe ihn gehört wie er runter gekommen ist war das echt nur zwei? ne der title hat einen unten am schlamm erschossen genau der ist aus diesem lach runter gehüpft ja du hast ja von unten nach oben geschossen der war dann schon komplett tot wahrscheinlich jetzt war der den den du glaube ich schon mal geholt hattest deswegen war der relativ schnell down ich glaube mindestens zwei mal oben am fenster naja und elbert hatten wir auch noch mal ich glaube der hatte auch keine heilung mehr und so dürfen wir einige kills haben ja acht neun stück würden es schon sein ich habe zwei jetzt glaube ich auch ich habe vier ich habe vier ich will mich doch schlecht auf jeden fall golly du solltest dich schämen und in die ecke stellen mach ich gleich weil ich muss mein besteck holen okay okay ja hab ich gesehen du hast mich heilerschossen ja ich auch ich habe nur Feuerschutz gegeben du hast ja schon getötet ich war das nicht ja dieses gofeld finde ich nicht mal so schlecht ich komme ganz gut mit der zurecht muss ich sagen jetzt ist halt die billige level 1 waffe aber das heißt noch lange nicht dass sie schlecht ist die schießt echt gut also ich muss sagen ich bin echt zufrieden mit der wenn einer mit das springfeld umgehen kann dann macht er dich auch mit der after fertig ja das ist aber du nicht after hast ja gut aber man hat ja immer so ein fable für eine waffe wo du sagst damit kann ich gut oder kann ich nicht gut muss aber sagen ich mit der scowfield komme ich eigentlich ganz gut zu recht das ist genauso wie beim Stacks mit manchen kann man es gut mit manchen nicht so gut ja ich weiß du bist untervögelt ja aber tierisch hm man merkt es und beim Fanning ist sie genauso zuverlässig wie die Packs äh holen wir das steck ja ja Untertitelung. BR 2018 Als Vorspeise Frühlingsräum und als Hauptspeise ist Peppermannschnitzel. Oh, zehn Stück haben wir. Dann hat sich einer verrechnet. Oh, ich hab drei. Ein Modemals. Dann hab ich drei gemacht? Den einen am Fenster und den anderen unten? Ich hab fünf gemacht. Boah, hab ich fünf gemacht? Hab ich beim ersten Team noch eingekillt? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, beim ersten hast du keinen gekillt. Stimmt, du hast ja den am Anfang außen gekillt. Dann hast du ihn noch mal geholt, wo ich dich gefragt hab, war das der, der schon mal lag? Da sagtest du ja. Ah, ja, genau, zweimal am Fenster. Na? Das ist in der Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehört. Und womit sind's dann? Zehn Kills, oh. Was nehme ich denn noch mit? Hm. 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 Ich hab den Telefon. Vielen Dank. Ich habe sogar 13 Frühlingsrollen bekommen. Das bringt Unglück. Solltest du nicht essen. Schicksalbesten ist mir. Ich glaube, der mag mich, der Lieferant. Sehr kaputt, weil du es schon so bestellt hast. Was hast du bestellt? Frühlingsrollen und Pfefferaum-Schnitzel. So hast du dann nur Pfefferaum-Schnitzel bestellt, oder? Und Frühlingsrollen. Also mit Spätzle. Eine Beilage. Goldi, wo bist du? Spätzle. Ja, Bladebildschirm noch. Okay. Okay, wo ist der nächste Ausgang? Robot. Weil du immer noch nicht da bist, Goldi. Ja. Du musst doch hier nicht mehr auftauchen. Ich möchte mich in Ruhe essen lassen. Sieht so aus. Dein Ladebildschirm ist auch immer das gleiche, glaube ich, oder? Also bei mir bist du immer noch nicht da. Mich siehst du aber, oder? Ja. Ich habe das alte für. Jetzt sind wir auch dran. Ja, gehen wir noch fort. Wieso spritzt du dich jetzt? Warum? Weil es kann ja auch eine Heifritz kommen, oder man kann mich mit Gift beschmeifen. Ah, ja. Hm. Deswegen haue ich mir die rein. Ich glaube, da gibt es auch eine Challenge, glaube ich, im Mastery. Okay, dann bin ich schnell pinkeln. Ich bin gleich wieder da. Oh, da ist es einander. Ohne Scheiß. Aber die kann ich her, oder? Nein, nein, sie sind gerade den Kampott gegangen. Okay, gut. Dann bis gleich. PG. Wee. Haben wir Glück gehabt. Hm. Mhm. Mhm. Vielen Dank. Ja, Title kann ich einladen. Vielen Dank. 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 Und... Und... ... 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 Zwei ... 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 Hast du ne Giftschritzer drin? schmeißen smoke auf mich dann direkt ich kann nicht kann ich nicht holen weil die tür offen ist und der schießt da und permanent auf mich der schießt der schießt durch die fenster durch keinen sinn metall mit ihm was abbrechen schmeißen was geht gerade weg hier unten ist er wie kommt denn der bei mir unten rein der ist durch die tür wo elber drin war metalltür er hat herrn aufpassen er kommt ja hinterher der ist runtergesprungen aber noch ein trade oder ja wenigstens kurz auf die toilette er hat er hat er hat er hat er hat er er hat er 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 unfortunately er 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 Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Wann da vor mir? Was heißt denn vor dir? Bei den Zügen. Danke. Wir gehen jetzt eher zum... Bahnhof. Ja. Was ist auch da drin? Ich sehe gerade, wie er vorbeiläuft. Oder es ist ein Hunter, der da oben auf dem Dach... Und im Bahnhof war einer drin. Auf dem Dach war links... Oh! 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 Läuft immer... Einer läuft innen drin rum und einer ist auf dem Dach. Was tut die Hälfte? Ja, die Hälfte ist wegen meinen Schiss im Nagro. Oh, der war zum Schluss auf der rechten Seite, war der... Was ist denn da? Ich höre den Clou ausschreien. In Springfield höre ich. Oh, der schreit wieder. Oh, der hat der andere Klo. Oh! 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 Am Fenster? Oh! 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 ich kann mal kann ich nehme die hinterher mal die bewegen sich da nicht ein millimeter auch von hinten vom zug lassen aber auch sein dass einer daraus gegangen ist von denen ich sehe jetzt nix mehr es wird Der ist wieder zurückgegangen. Die kommen jetzt aber dann rüber, denke ich mal. Anamigas. Hast du ihn angezündet? Ja. Nicht warst du so gemein. Mhm. Boah. Goldi. Ich werde nur Sweetbälle im Auge behalten. Okay. Okay. Vielen Dank. 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 Wir kommen. Vielen Dank. Ja. 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 Ich bin jetzt auch. Ja. 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 Ja, dann machen wir einen Doppelbauen, den gehen einfach raus. Was willst du ein Gebäude reinpushen, wenn sie alles bei mir noch mit der Bombenplatz drin hocken? Ja, verstehe ich auch nicht. Der eine hat Levering oder hat Penning gehabt, eins von beiden? Penning. Überall werden fallen und Stacheldraht fallen, da brauche ich nicht reinpushen. Ja, naja, aus dem Willen. Und dann noch Shit-Talkern beleidigen. Ja. Aber alle dreimal schon mal gelegen wahrscheinlich, ne? Ich glaube, der Shit-Talker, also der Kane nicht. Die anderen zwei, ja. Weil... Drei Kills hast du ja, glaube ich, gemacht, was ich gesagt habe. Ja, der Platz ist da einmal und den T1 hat er zweimal. Den Kane immer plus verwundet, leider. Weißt du, der hat selber nichts auf die Reihe kriegen, aber sonst Shit-Talkern, weißt du? Das ist das, was ich nicht mag. Hier ist Notarzt. Ist ja okay, wenn sie einen Nahkampfwaffen haben, dass sie dann ins Gebäude reingehen. Ja. Aber ich glaube, die haben... Wenn die anderen da nicht einfach blind links rein und rennen. Und wären wir nach Sweetback gelaufen, dann wären sie in unseren Rücken gefallen. Ja. Naja, das war so okay. Hier ein wenig XP und müssen sich ein paar Balken nachdauern. Vielleicht sogar... Vielleicht... Vielleicht sind sie ganz raus. Also gar nicht raus, meine ich. Als wir gelieft haben, waren noch 50 Sekunden. Das ist schon schaffbar von Blank. Gut da draußen, oder? Ja. Bis dahin ahnen, bestimmt. Wir können auch ahnen gehen, wenn du willst. Jetzt bin ich auch halb drüben. Was weiß? Ich hab keine Sticky. Aber ich? Nach weiß. Du schau, ob weiß ist und ich geh rein. Komm her, du hast dich hier, Dicker. Ich hab mich doch tatsächlich noch erwischt, ey. Hunter. Hunter. Hunter, direkt bei mir, hier. 3.15. Okay. hat der hier matt und brennt zwei mann sind in der küche drin einer hat aber hit, aber der hält sich gerade brennt 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 Gut Also die Wurmschwanz oder wie die heißt Very nice shit talking Very nice Very nice Wenn er gleich von hinten vorgekommen war Ich war noch low, du warst tot Dann hätte er eigentlich die besten Chancen gehabt Anstatt dass er wartet bis sie alle drei wieder da und geheilt sind Was mich am meisten immer bei sowas nervt Dass das Thema dann shit talken müssen weißt du Und dann sterben sie Ich dachte eigentlich hat er den einen getradet Aber das war wohl nicht der Fall Doch doch du hast getradet aber der wurde wieder aufgehoben Hast du den echt sofort Ich schieße dann auf den Wo er aufhebt Job nicht mit der Spectre Dann schieße ich den wo wieder aufsteht Hat aber wahrscheinlich eine halbe Sekunde zu früh geschossen Hat noch keinen Hit bekommen Also Slug in der Spectre Nein Also die kurze Spectre ist mit Slug echt Die ist echt cool Ja Weil für Spectre habe ich Slug noch nicht Die kurze zumindest auf jeden Fall Die lange ist scheiße Aber die kurze ist gut Akimbo aber gerade trockt irgendwie Alter ich merke schon du spitzst Muss nur langsam schießen Halt pum 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 Ne Immer noch doppelt so schnell wie mit der Uppercut alleine Okay Oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 halle ja genau das hat früher auch was in mir da ist da ist kalben und reiner kallmund und goldi hat halt den namen zusammengefasst in drei mood wo müssen wir überhaupt hin oder wir können auch mit mieten können auch einfach noch oder long don't meet tag du denkst wieder nur an dein pimmel oder nein london silver kennst du nicht er hat aber auch nie hatten bekommen weil er zu viel schwanz hatte also ich möchte jetzt unbedingt ein penis haben der bis zu die knöchel geht also legt sich am abend ins bett dass die schiffe und werden ja hat wird er sowieso nicht also kannst du am oberschenkel binden wenn ich dann doch unmächtig werde dann weißt du warum kurzzeitig erregt wenn du noch ein stück länger es kann schon sogar um die oberschenkel drehen ja beheilung südlich charging supply ja wer hat gerade hier irgendwo geschossen habe ich gerade gehört oder ich habe mich jetzt geheilt sicher ist sicher wir können gleich die toolbox nehmen wenn du eine siehst haben supply bestimmt rechts noch ein immo achtung rechts 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 Oh, oh, oh! rechts von uns und da ist einer gestorben könnten eventuell zwei teams da sein ich hab auch ein silencer schuss gerade gehört war es welche richtung nur gehört oder auch gespürt ich hab ihn auch gehört Da ist der unten Das waren Gold, die ich sogar habe Nur die drei da drin, zwei im Erdgeschoss, eine im Dachgeschoss Das heißt, der Keller müsste frei sein Ja, hat er gemacht Geile Tür wird aufgesprengt Achtung, da oben ist gleich einer Ja, ich aim schon da hoch Mach mal deinen Ping weg bitte, sei so nett Ich weiß nicht, ist er down? Jo, ist down Ich habe ihn getroffen, aber au Jo, ist down Ich denke, da draußen ist keiner 61 Meter Goldie, von wo? Hast du eine Topline? 61 Meter Sparks Scharfschütze Oh, ganz hinten auf Südwest ein kleiner Punkt Das habe ich von da drüben nicht gesehen Was war das? Sparks oder was war das? Sparks Scharfschütze Also mit Scope Wenn du ein Wegrohr hast, kannst du mich holen Scheiße Da hinten sind zwei Ich habe ihn bei mir, vor mir Ich habe ihn bei mir Sparks Scharfschütze Ich habe ihn wieder Er war hier irgendwo? Hier? Deiner ist da hinten irgendwo Hier vorne bei mir ist auch noch einer Okay Schau mal ob ich Elwood holen kann Steppen wir alle nicht bitte Da muss noch ein dritter sein Noch ein Thema Ja, Spark Silencer Nochmal 60 Meter weg von meiner Leiche Aber so 255 Los, erheben sie sich Das war aber ein Dolch, was dich erschossen hat Ja, er ist Spark Silencer Langgeschossen, dann durch Da ist er Hast du den erschossen? Nein Ich habe viel zu viel Tom ist gerade um mich herum Ich muss schauen, dass ich Verstehe mir nicht, wie die da rumkommen Na klar Egal, wenn ich zugucke, ich habe Standbild bei euch Ich habe kein Standbild Ich auch nicht Ach, leck mich doch mit dem scheiß Emulator Ich habe kein Dauer Nein, ich glaube Er hat aus dem Spiel rausgeworfen Alter! Alles voll mit Zombies und Emulatoren und Woher wissen die das? Weil sie Sicht haben. Alter, ey! Das ist unmöglich, was ich hier an Zombies und Rotze habe. Kannst du dich hier nicht bewegen, echt. Hallo, bist du noch da? Er hat es aus der Runde geworfen. Ja, okay, dann komm, dann lass uns rausgehen, das macht keinen Sinn. Lass uns bei Portenten rausgehen. Elbert. Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Ich glaube nur, die kleben mir gerade am Arsch. Wer ist denn noch hier? Ja, komm, lass uns doch gleich oben rausgehen, oder? So, oben bei Pearl, oder was? Ja, können wir auch machen. Komm, rüber. Nach Pearl kommt keiner mehr. Ja. 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 eine runde jahre naja das kann ich junge 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 was hier an mpcs rumrennt das ist doch abartig ich habe da schon wieder runde ein paar mehr diese runde jahrelen nach oben diese runde jahrelen hier schief Untertitelung des ZDF, 2020 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 Danke. Vielen Dank. 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 Du musst zwar erst um sieben aufstehen, aber trotzdem. Ja. Du hast heute schon geschlaucht. Ja, ich bin überhaupt müde jetzt. Ich glaube, Elwood bestimmt auch, oder? Ingenieur. Nee, wie hieß der nochmal? Ja, Hals, Nasen, Ohr, Ingenieur. Nee, nee, der hieß... Internist. Internist. Ja, gut. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Tageszeit. Okay. Du wolltest zu Scupper rübergehen. Scupper ist zu weit weg. Boah, okay, my Renard. Vielleicht ist er da drüben noch ein Spawn. Ich hab eine Steckdose. Heißt es oben rot? Ich nicht. Ich nicht. Ich hab 110 FPS und 14 Pink. Wow. Es gab Verbindungsprobleme mit Online-Service. Jetzt hast du. Warte, es klappoliert ja heute mindestens einmal. Clubbox. Ich glaube, da ist keiner gekommen. Er ist ruhig, ne? Er hat auch keine Steps oder so. Zerrow? Zerrow? Ja, dann lassen wir ab nach Zerrow. Morgen werde ich schön ausschlafen. So bis 36. Dann werde ich mein Kekkerchen machen. Was er weiß. Dann werde ich zum Pekker fahren. Frühstücken, Kaffee machen. Und ernieren. Das wäre ich noch nach dem Kekkerchen, wenn ich das mache. Was hast du heute noch erlegen? Dann hast du morgen den ganzen Tag frei. Daneben. Ja, cool. Ja, irgendwo Akku außen. Ja. Nicht ja rein. Großvaltor rein. Alles klar. Schon mal hier eine Menge Fallen hier reingetragen. Okay. Oben am Übergang würde ich noch einen machen. Da hat doch jetzt gerade einer was außen gemacht, oder? Hört sich so an, ja. Da hat doch schon einer außen. Da hört doch was schlagen. Hast du das Goldie? Ja. Da hat doch gar nichts gesagt. Oh, da schmeißt was. Was müssen wir so gemeinsam missen hier? Ah, da ist er. Der ist am Gitterfenster. Aufpassen. Muss mich schnell heilen. Der hat eine Spectre. Mit... Notungsmonie. Minus. Oh. Ja. 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 B gott. Ja. B gott. der leiter vom dach hier oben willst du das, Goldie? nein das sind doch zwei Tiers einer ist am Dach, Achtung er ist tot es sind aber zwei Teams jetzt langsam es ist irgendwie jede Richtung wohl durch die Bounty, schauen nicht, dass die unten reingehen unten ist noch zu kommen wieder hoch einer noch da drüben aufpassen da ist was da ist was unten drin in der Scheune immer noch unten zwei hat er den einen aufgehoben? ja wo genau? unten? weiter unten dann ist er zum Rolltor rüber gelaufen wer im Rolltor? im Hauptrolltor einer minus ok ping ging raus da wo manchmal die Kasse oben drin ist in der Scheune der muss ja dann theoretisch schon mal gelegen sein stehst du da im feuer drin egal ihr habt's Bounty da ist ein Ziel irgendwo jüngst von mir ne bist du gelöscht ja ne ne ich hab nix mehr zum löschen egal ihr habt Spawned ich könnt mich nachher holen löscht dich selbst down müsste gewesen sein müsste down sein warte ich loot den mal hier bringt's noch mal frei alles alles leer alles leer hat einer zufällig geiergeiergeier ja 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 ich hab geier dabei ok da oben war einer den hab ich schon oben denn ich wusste ob was rumliegt oder nicht dann habe ich hier ein erschossen oder machen wir erst die zwei die zwei ja habt ihr die beiden elferdrucker da ist auch ne ja dann bin ich ja dabei hier liegt ein hunter hier liegt ein hunter hier liegt ein hunter wo liegt noch ein hunter ernten alle drei habt ihr die drei schon ja wir müssen fast das war dann so wirklich oder sechs hunter sondern team ist abgehauen also höchstens noch ein single player was hier rumlaufen könnte da ist jetzt tatsächlich meine lebelle ins wasser gestürzt so die drei wo war noch was nach den dreien sechs mal sind sechs reichen eine im boss haus zwei am rolltor die drei dahinten zwei sind mit dem bau und die mindestens abgehauen was auch maximal ein single player abh da 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 Sperr, Sperr, Sperr. Aber weh, du brauchst meinen, dann gibt es keine Box. Ich habe jetzt zwei Gift-Schwitzen gelootet. Wo waren die Loot-Box? Äh, nördöstlich von dieser Hütte, wo das Steg am Wasser ist. Voll den Heuballen da. Langsam frei. 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 Eine Fackhelfer, würde ich sagen. Langsam frei. Langsam frei. Langsam frei. Langsam frei. Der lässt aber auch nix fallen bei mir, ey. Da ist kein Glück. 30. Das schafft der Helmut nicht. Okay, ich geh wieder raus. Aber jetzt schafft er es. 30. Ja, das sollte gehen. GG. GG, jawoll. Das hat er auch. Schön ist doch heute schön gelaufen. Die Runde war sehr schön. Ja, nicht nur die, sondern allgemein war es jetzt heute Abend nicht so schlecht. Für Wochenende auf jeden Fall. Für Freitagabend war es, war Freitag schon mal schlimmer, muss ich sagen. Okay für heute. Dann bedanke ich mich schon mal bei allen Zuschauern. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis Sonntag. Bis Sonntag. вокруг. Du bist Sonntag. Bis Sonntag. simplified Sieg meine Zvirke. Das Gurkatz. Mal. Vielen Dank. machen wir hier noch schnell ein handel fertig ein